Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wie versprochen geht es mal heute um meine Custom Crafting Engine TP-Craft und wie ihr auch dieses Crafting System benutzen könnt. Ich werde im Laufe des Videos jetzt einmal darauf eingehen, was TP-Crafting überhaupt ist, was das für Features hat, euch zeigen, wie ihr TP-Crafting installieren könnt, in euer Datapack integrieren könnt und ich werde euch auch mitnehmen in den Setup-Prozess. Zuletzt zeige ich euch, wie ihr eigene Rezepte erstellen könnt mit einem Online-Generator, den ich für euch bereitgestellt habe und wie ihr diese Rezepte dann in Minecraft einfügt. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Ich hoffe, dieses System ist für euch hilfreich. TP-Crafting ist eine Crafting Engine. Das heißt, es ist nur für das Crafting zuständig, aber nicht für das Aussehen oder das Handling im Spiel. Dieses System verwende ich gerade in meinem Datapack TechPack. Wer dazu noch mehr erfahren will, guckt sich mal das letzte Video an. Da habe ich genau erklärt, wie ich das in meinem eigenen Datapack verwende. Aber hier habe ich auf jeden Fall nochmal ein Model hinzugefügt und auch ein Custom-Item, womit man dann so ein Crafting-Table setzen kann. Das Ganze wird in TP-Crafting nicht vorhanden sein. Hier habe ich jetzt auch nochmal eine Custom-GOI drinne. Und das Grundsystem ist genau das gleiche. Das heißt, das Crafting ist genau das gleiche wie bei mir in TechPack. Hier habe ich jetzt einmal drei Rezepte so mal hinzugefügt, um zu zeigen, wie das Ganze denn funktioniert. So, wir haben hier einmal dieses Rezept hier. Und das ergibt dann nachher ein Technical Crafting-Table. Und wir sehen hier auch, wenn wir das wieder rein- und rauspacken, dann verschwindet dieser Output immer. Das heißt, es passiert halt wirklich, wenn alle Items, die man braucht, die im Rezept dann angegeben sind, tatsächlich da sind. Dieses Item können wir jetzt hier einfach rausnehmen und dann werden auch die Materialien gleich verbraucht. Ein anderes Rezept wäre dieses hier für ein Kabel. Und hier könnte man jetzt auch mehrere Items als Crafting-Input verwenden. Also jetzt jeweils zwei. Und dann sieht man hier, als Output kommen dann auch plus zwei Items raus. Das heißt, dieses System berechnet automatisch, wie viele Items reingelegt wurden und gibt dann jeweils so viele Items raus. Wenn wir jetzt hier überall zwei Items haben, aber nur bei einem nicht, dann kommt natürlich auch nur ein Item raus. Und wenn wir das rausnehmen, dann bleiben immer noch Items übrig. Mein System unterstützt auch Shapeless Crafting. Das heißt, man kann Items überall irgendwie hinlegen und die Form, wie man das hinlegt, ist dann egal. Ich habe das hier jetzt zum Beispiel mit Oak Planks umgesetzt. Das wird dann zu einem Oak Button. Und das kann man hier in jeden Slot legen. Das ist völlig egal, wie das Ganze angeordnet ist. Ihr könnt dieses Crafting-System einfach als Datapack auf meiner Website unter Map-Making-Tools runterladen oder halt direkt auf stivatus.gr slash tools slash tp-craft und das Ganze einfach in euer Datapacks-Ordner speichern. Wenn ihr jetzt in eurer Welt seid, dann gebt einfach mal Reload ein. Und dann sollte unter Function tp euch schon mal etwas vorgeschlagen werden. Jetzt ist das Datapack schon vollständig in eurer Welt installiert. Was ich euch jetzt noch empfehlen würde, wäre, dieses Datapack hier einmal zu extrahieren. Das geht hier ganz einfach mit all extrahieren. Und dann hat man das hier nicht als zip-Datei, sondern als Ordner und kann dann die Dateien auch einfacher darin bearbeiten. Eine weitere Methode, das zu installieren, wäre einfach, diesen tp-craft-Ordner aus meinem Datapack einfach zu kopieren und in euer eigenes Datapack einzufügen und damit dann das Crafting-System direkt in euer Datapack integriert. In eurem Datapack müsst ihr das natürlich auch dann hier unter Data speichern, neben eurem eigentlichen Namespace, den ihr angegeben habt. Was ihr dann noch machen müsst, ist in der load.json und in der tick.json innerhalb des Data Minecraft Tags Functions Ordner eure Startapacks die Load-Datei von tp-craft hinzufügen. Wenn hier schon was steht, dann einfach mit einem Komma abtrennen und in die nächste Zeile schreiben. Und auch die Main-Datei. Wenn ihr jetzt alles fertig installiert habt, dann öffnet einmal das, was ihr gerade installiert habt. Und unter tp-craft-functions-recipes sind jetzt einmal zwei Dateien, wo ihr jetzt eure Rezepte reinschreiben könnt. Rezepte werden einmal, werden immer durch zwei Commands dargestellt. Und zwar einmal ein execute-if-block-Command und ein if-score-Command. Diese Rezepte müssen alle entweder in diese Dateien, die ich euch schon in meinem Datapack bereitstelle, oder das Ganze muss hier unter Tags, Functions und Recipes in diesen Tag-File eingetragen werden. Da könnt ihr dann auch eure eigenen Namespace nehmen und dann hier mit einem Komma natürlich wieder abgetrennt eure eigene Function eintragen. Es gibt hier auch noch ein Results-Tag. Da könntet ihr dann separat von den Functions das Ergebnis des Crafting nochmal angeben, damit das ein bisschen übersichtlicher ist. Aber ich würde sagen, wir gehen nochmal auf eine Webseite, nämlich gucken wir uns jetzt meinen eigenen Online-Generator für Crafting-Rezepte an. Dazu klickt einfach auf diesen Link hier oder geht einfach auf stevatus.ga slash tools slash crafting und da werdet ihr durch solch ein Interface hier begrüßt. Hier kann man jetzt einfach den Slot auswählen, wo man ein Item gerne reinpacken würde. Und dann kann man hier unten einmal die Item-ID und auch noch Custom-NBT-Daten angeben, wenn man das möchte. Ich würde sagen, wir machen einfach mal unser Button-Rezept. Das heißt, hier haben wir dann zum Beispiel in der Mitte einfach unsere Oak Planks. Das wird hier auch alles angezeigt, was ihr ausgewählt habt. Und da brauchen wir keine Custom-NBT-Daten für. Und als Output wollen wir dann gerne einen Oak-Button haben. So, und jetzt haben wir schon unser erstes Crafting-Rezept erstellt. Wir können jetzt hier einfach auf Generate this recipe drücken. Und dann sehen wir hier unten wird das Ganze generiert. Das sind insgesamt zwei Commands hier und einmal abgetrennt durch einen Comment. Und in seine eigene Recipe-Datei schreiben. Und dann ist unser Crafting-Rezept auch schon im System drin. Was wir jetzt noch vergessen haben, ist ein Crafting-Table zu erschaffen. Um jetzt so ein Crafting-Table zu bekommen, müssen wir hier einfach eine Kiste setzen. Und an der Position der Kiste einen Armour-Stand mit dem Tag TP-Crafter spawnen. Diesen Crafting-Rezept kann man auch mit einem kleinen Shortcut erschaffen. Und zwar geht das einfach mit Function TP-Craft Doppelpunkt Create. Und dann wird hier eine unsichtbare Kiste und ein unsichtbarer Armour-Stand gespawnt. Und das funktioniert halt genauso wie das andere. Und dann sehen wir auch schon, werden Slots durch eine graue Glasscheibe geblockt. Aber hier in der Mitte haben wir jetzt ein 3x3 Feld, was nicht geblockt ist. Und hier auch ein Feld, wo dann der Output hinkommt. Und jetzt können wir schon unser Rezept einfach ausprobieren. Und wir sehen, unser Output kommt raus. Wir können es hier auch 64 reinlegen und dann kommen auch 64 raus. Oder 32 oder 16. Und es kommt halt immer die Anzahl raus, die man hier reinlegt. Jetzt könnten wir im Generator aber auch noch hier zwei Optionen festlegen. Und zwar einmal Exact Count. Wenn wir jetzt hier einen Haken reinmachen, dann erscheint hier unten nochmal ein Feld mit Count. Und hier könnte man jetzt auch festlegen, ob ein Item, was man hier reinlegt, eine bestimmte Anzahl haben muss. Das Ganze könnte man auch freilassen. Aber es wird am Ende dann trotzdem nur ein Oak-Button rauskommen. Hier sieht man jetzt, ist ein neuer Command hinzugekommen. Und zwar wenn unsere Rezept-ID. Das hier ist die Rezept-ID. Also wenn dieses Rezept hier oben erfolgreich ist, dann wird die Rezept-ID der Kiste auf eure angegebene ID gesetzt. Und wenn diese halt 1 ist, was es bei uns halt sein muss, dann wird der Kiste selber nochmal der Tag TP-Craft-NoStack nochmal hinzugefügt, so dass als Output dann kein Stack herauskommen kann. Wenn wir das Ganze jetzt hier einmal kopieren und in unsere Example-Punkt MC-Function einfügen und natürlich innerhalb von Minecraft Slash Reload eingeben, dann sehen wir, wenn wir hier 59 reintun, dann kommt hier immer nur ein Button raus und es wird auch nur einer abgezogen. Aber hier könnten wir jetzt auch sagen Shapeless und das Ganze mal generieren. Und dann sehen wir hier gleich ist der Slot unten weg. Das heißt, der guckt einfach nur, ob überhaupt in der Kiste irgendwo Oak Planks drin sind. Wenn wir das einmal kopieren und in unser Example-Punkt MC-Function einfügen, dann sehen wir jetzt, können wir hier überall irgendwas hinlegen. Also das Ganze ist jetzt shapeless. In dem Web-Interface können wir jetzt auch noch ein neues Rezept hinzufügen. Einfach dieses Plus hier an der Seite drücken. Und dann könnte man hier wieder ein neues Rezept hinzufügen. Und mit diesen Pfeilen kann man dann zwischen den Rezepten navigieren. Hier habe ich jetzt nochmal einen Stone-Button hinzugefügt. Und jetzt kann man hier auch auf Generate All klicken. Und hier wird jetzt für beide Rezepte die Commands generiert. Hier werden auch automatisch die Crafting-IDs hochgezählt. Und wenn ihr noch eine andere ID als Anfangs-Startwert haben wollt, dann schreibt das einfach in dieses Kästchen hier. Zum Beispiel einfach mal 1000. Dann fängt das Ganze bei 1000 an und geht dann immer wieder hoch. Rezepte könnt ihr natürlich auch wieder mit diesem Button hier löschen. Ja gut, ich hoffe, ihr könnt meine Crafting-Engine selber benutzen und euch ganz einfach eigene Rezepte damit erstellen. Falls ihr noch weitere Fragen habt, Bugs findet oder so weiteres, könnt ihr mir natürlich immer gerne kontaktieren auf meiner Webseite unter dem Artikel dazu. Da ist das Ganze natürlich auch nochmal schriftlich niedergelassen und genau beschrieben. Auf dieser Seite könnt ihr wie gesagt auch das Data-Pack downloaden. Also geht auf jeden Fall mal auf den ersten Link in der Videobeschreibung und da kommt ihr direkt zum Download. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video.